zu viel versprochen gänse mit drin kraniche paar tausend stück aber naja und komischerweise die fliegen da nicht hin wo sie hin sollen denn hinter der buschreihe da ist naturschutzgebiet also ein stückchen weiter ein vogelschutzgebiet die fliegen nicht in naturschutzgebiet in vogelschutzgebiet die bleiben hier warum weil da waschbären sind marder hunde und wie sie alle heißen und deswegen kommen die hierher beim bauern gibt es süßgräser da fressen sie satt die krane hier gehen auf dem maisstoppel fressen sie dahin durch oder auf der saat fressen da die saatkörner raus das ist nun mal das gleiche thema was wir hier haben im naturschutzpark aber wollen wir also haben noch eine andere sache wollte eigentlich wegen politik mal wieder ein video machen gab nämlich gerade nachrichten gehört das war mein anliegen gewesen die grünen wollen bis 2030 in brandenburg aus der braunkohle aussteigen wisst du auch den grund den haben sie auch verraten weil der nrw bis 2030 aus der braunkohle aussteigen will oder aus der kohleverstromung aussteigen will wollen die das hier auch haben das kommt mir so vor wie im kindergarten der hatte ich will das aber auch haben also politik und grüne wat ist dit ein widerspruch in sich denkt man drüber nach der bau aus der mark